und hallo liebe freunde herzlich willkommen zum let's play adventskalender 2018 dieses mal mit dem nintendo classic mini hier sind 30 vorinstallierte spiele drauf und das gerät kam circa ein jahr vor dem sns mini raus ich habe mir gedacht dieses mal nehmen wir dieses gerät und mit einer kleinen auswahl von vorinstallierten spielen werden wir auch arbeiten allerdings auch mit spielen die ich individuell gewünscht hätte dass sie da drauf sind ich wünsche auf jeden fall an dieser schwelle viel spaß und ein frohes weihnachtsfest und hallo liebe freunde hier sind wir jetzt bei den teller world cup 1990 erschienen und es war neben soccer so ziemlich das einzige fußballspiel allerdings auch so ein bisschen mit rage mode und so weiter und so fort wir nehmen mal hier gab es noch west germany muss man sich mal vor augen halten wir nehmen mal wir nehmen wir denn mal ich glaube wir haben früher ganz gerne russland gespielt russia erste match gegen kamerun und ja hier haben wir unsere spielaufstellung mit jakow babel iwan wolf boris so dann schauen wir mal wir machen mal 1 2 3 4 und ihn und den einfach nur mal um die position zu wechseln ist ja glaubt glaube ich egal wort plan will you use was für eine strategie wollen wir nutzen also der torwart soll nicht reinkommen wir machen ball passen manchmal ja also ob unsere team kameraden schießen sollen manchmal wir benutzen natürlich try to tackle das ist unsere defense so und hier gab es auch noch die schönen super schüsse schade daneben wieder daneben jetzt drüben wir mal was stehst du denn im weg du Ah, schade Was? Hm, das war so ziemlich gar nichts Was ich gerade versuche ist den Superschuss rauszubekommen Da ist er Bratz Boah Also sechs Schritte Und jetzt machen wir hier Schimpfallrückzieher Boah, schade Na, willst du wohl? Halte den auf Dankeschön Nein Oh, super Schieß Nein Ah, schade Das war ja nicht War das doch nur fünfmal Ich musste auf die Sounds achten Mist Sieben Oh, ins Aus Das ist ja ärgerlich Man hat, glaube ich, auch nur pro Match fünf Superschüsse Und, naja, dieser ist jetzt leider direkt ins Aus gegangen Oh, er spielt sie Kopfballtor Kopfballtor, Mensch Das war ja gut Ich bin stolz auf ihn Boah, daneben So, da kommt er So, da kommt er Kann man nicht mehr ran Kann man nicht mehr ran Was auch gut ist Wenn der Powerschuss aufgebraucht ist Dann hat man einfach nur einen sehr schnellen Schuss So Oh, ist er noch nicht Balaz, bam Wie die immer wegfliegen, ey So mit ihren Hähnchenaugen da Total geil, ey Sehen immer so aus wie Chicken Da, das ist er Balaz Trotzdem ordentlich getroffen Meine Güte Vorwart ausgenockt Ja, sowas wie Fouls gibt's hier nicht Derbe Karte, rote Karte Brauchen wir nicht Oh Da hab ich in die Bredouille gebracht Unseren Kollegen Yeah Schönes Abwehrverhalten Pass nach unten Pass nach oben Und Oh Direkt auf Torwart geschossen Natürlich nicht so gut Komm her, du Der hat auch ein komisches Gesicht Also, das sieht so aus Als wenn er so ganz weit oben Seine Augen und seinen Mund hat Zack Oh Das könnte abprallen Ja, schieß Jawoll Guter Schuss 7 zu 0 Meine Güte, du Hier ist was los aus dem Feld Ja, seht ihr Da verhungert er in der Luft Durch den Fallrückzieher Da ist der andere Schuss besser Nein Nein, nein, nein Ich bin bei der I can't Zack Und Oh Schießt Ab was schießt du denn nicht Das kommt davon Wenn man es Sometimes drückt Manchmal schießen Gib her So Jetzt schießen Also bist du zu viel Zeit gelassen Wegen dem Tackle Den Den Ball Oh Spiel doch ab Tackle ihn Jawoll Runter damit Dich kriege ich Dich kriege ich Dich kriege ich Jawoll Könnte der Torwart gar nichts machen 8 zu 0 Ja, hier zu dem Anfangslevel War das noch nicht so Die große Challenge Aber Es ist trotzdem lust Nein, was machst du denn So Schieß 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 Ich dachte, ich kriege den noch mit dem Kopf Hey So Jetzt lassen wir die mal machen Genau Schönes Passspiel Liegt da der Torwart? Ach ne Oh Daneben Ah Komm her du Batz Jawoll 9 zu 0 Na Kriegen wir noch ein 10 zu 0 hin Die Zeit dort läuft nämlich ziemlich langsam Kennen wir Los holen wir Was Oh 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 Gefährlichste Sache Dieses ganzen Spiels Ist es gewesen Wo spielt er denn Ballatz 10 zu 0 So Komm Komm Gib her Ups Schön drüber Weggesprungen Oh Geh weg Geh weg Geh weg Ach scheiße Scheiben Gleiser Oh Daneben Da Habe ich den Punkt nicht genau getroffen So Komm her du Bam Was Renn doch nicht weg Halbzeit What Damit habe ich ja gar nicht gerechnet Dass das jetzt erst die Halbzeit ist Meine Güte Da kann man sich aber lange mit aufhalten Mit dem Spiel So jetzt gehen die auch wieder Und Das lustige war eigentlich immer gewesen Dass man auch vor dem Ball gehen konnte Weil der ja so lange braucht So und jetzt Oh schade Sieht man gar nicht mehr den Ball Der hat einfach mal getroffen Machen wir die 20-0 noch dicht Oder was Bam Da kommen wir 13 Was zum Bam Ich finde das so super Immer schön die Prügelei hier auf dem Fußballplatz Damn Oh Das war nichts Ja Cooler Ball Den konnte er natürlich sowas von leicht entschärfen Bam Boah Hast du gut gemacht Josefine Was zum Alter Er mit seiner Brille da Was soll das Was Ja Und nochmal Knapp ins Tor Meine Güte Ins obere rechts Was Haltet ihn auf Haltet ihn auf Wie die sich gegenseitig ausgenockt haben Oh 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 ein Achschuss Oh schade Guck mal hey Du mit deinen Fliegenaugen da Was Krieg einen Superschuss nicht mehr hin Hier passieren Sachen Nein Jetzt aber Sehr schön 16-0 Okay Pass Okay Ist immer so gut Dass die da unten an den Gesichtern bestätigen Ob sie dir zu passen oder nicht What Standst du im Weg man Entschuldigung Jetzt schieß Nein schieß Oh Er ist weggetreten worden vom Tor Jo Dankeschön Hast du davon Siehste Kann ich auch wegtreten Passt zu mir Ich kann nicht Echt jetzt Passt zu mir Er hat den Ball Sagt Ich kann nicht Passt dann zu jemand anders Was ist mit dem denn los Ah Mist Wollte mal so einen Abpraller machen Oh der wird weggerobbt Da kommen wir Schön angerobbt Schieß doch Genau Ja Bis genau auf Mann Ist natürlich nicht so prickelnd Bam Direkt weggehauen Pass runter Danke Oh In den Lauf wollte Nein Ich hab doch geschossen Mann Yeah 19 Ich hab doch mal Der nahe gehalten Das saudert Guck mal her du Bam Was Oh oh Das wird nichts Na Er ist noch ein bisschen schneller gewesen Werden können Aber So Schräg genug Ja Oh was Ah Mist Wollte mal Kopfball Ach Kopfball Ne Jetzt aber Jetzt kommt doch Alter Bei mir Wett er den nicht ab Oder was Die ganze Zeit Macht er Faustabwehr Und dann hab ich den Ball Macht er das nicht So Ach das gibt's doch nicht Aber Faustabwehr Oh was stehst du denn im Weg Beide weggeflogen Boom 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 So 20 voll Herrlich Ja ich glaub Damit können wir das Spiel Auch an dieser Stelle abschließen Es macht auf jeden Fall Spaß Cool ist auch Wenn man es gegeneinander spielt Es gibt unterschiedliche Felder Wie beispielsweise Ähm Ja so So Sand Wo dann überall noch Steine liegen Und man drüber fallen kann Oder auch Eis Dann rutscht man so beim Tacklen durch Die komplette Map und so Das ist total super Aber an dieser Stelle Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal 福 Bis zum nächsten Mal.